Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Die Raumsonde Juno hat absolut faszinierende Aufnahmen des Jupitermonds Ganymed gemacht. Diese Aufnahme hier wurde vor einigen Tagen erstellt und man kann sie jetzt auch ein bisschen analysieren und die Oberflächenstruktur ein bisschen genauer anschauen. Was man weiß ist, dass auf dem Jupitermond Ganymed Dinge vorgehen. Das heißt, es gibt eine Oberflächenveränderung, es gibt Geysire, die Material auswerfen, ähnlich zum Beispiel wie auf Europa oder Enceladus. Bei beiden Monden weiß man mittlerweile, dass es im Inneren einen flüssigen Ozean gibt und ja, das könnte bei Ganymed tatsächlich auch der Fall sein, mit einem kleinen Unterschied. Dieser Mond ist teilweise von Eis bedeckt und teilweise dürfte sich dann darunter auch flüssiges Wasser befinden, während andere Bereiche auf diesem Mond tatsächlich mit Silikaten bedeckt sind, also ähnlich wie auf der Erde, Gesteinsplanet-ähnliche Oberflächen sozusagen. Das Interessante beim Mond Ganymed ist auch, dass es eine Wechselwirkung mit dem Jupitermagnetfeld gibt. Das heißt, geladene Teilchen werden vom Jupitermagnetfeld eingefangen, also von der Sonne. Die werden dann teilweise an dem Mond vorbeigeführt und diese Interaktion zwischen den geladenen Teilchen und dem Magnetfeld von Ganymed. Dann kommen wir auch zu einer Besonderheit. Er hat ein Magnetfeld. Diese Wechselwirkung hat man auch schon mit speziellen Teleskopen genau untersuchen können. Absolut faszinierende Abläufe, die diesen Mond ausmachen. Was wir hier im Übrigen sehen, also diese Struktur an der Oberfläche, diese Narben, das erinnert tatsächlich an die Oberfläche des Mondes Europa. Auch ein Jupitermond, bei dem vermutet man, dass es im Inneren tatsächlich Leben gibt. Ganymed ist deswegen auch so interessant, weil er sehr groß ist. Also dieser Mond ist größer als Merkur vom Durchmesser her. Masse, schaut ein bisschen anders aus. Merkur, das ist so ein Überbleibsel aus der Frühzeit unseres Sonnensystems. Das ist eigentlich der Kern eines Planeten. Eigentlich ist das nur der Kern eines Planeten. Das heißt, da fehlt ein bisschen was. Es kann sogar sein, dass Merkur früher ein Gasplanet war, der aufgrund der Annäherung zur Sonne seine Gasfülle verloren hat. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Studien, die das Thema tatsächlich ansprechen. Aber gut, der Durchmesser von Ganymed größer als der von Merkur. Ein richtig großer Brocken. Ja, kommt schon fast in die Richtung Marsgröße. Aber, naja, wollen wir es nicht übertreiben. Also so groß ist er jetzt auch nicht. Aber der größte Mond in unserem Sonnensystem. Und deswegen auch, was die generelle Beschaffenheit angeht, was sich im Inneren abspielt, eine interessante Idee, da auch mal eine Sonde hinzuschicken. Man hat die NASA vor einiger Zeit ein bisschen sowas, ein bisschen gestrichen, was Missionen angeht. Eine Neptun-Mission wurde eingestellt, also das Neptun-System genauer zu untersuchen, unter anderem auch den Mond Triton. Bei dem gibt es sogar an der Oberfläche so starke Geysire, dass die Oberfläche teilweise schwarz wird durch den Ausbruch dieser Geysire. Aber auch auf Ganymed dürfte das der Fall sein. Also auf jeden Fall ein interessantes Missionsziel. Wenn wir uns jetzt mal die Größe angucken von Ganymed, gerade schon angesprochen, im Vergleich jetzt zur Erde und auch zu anderen Objekten in unserem Sonnensystem, dann stellen wir fest, ja, der ist schon richtig mächtig. Und weil er eben so groß ist und weil auch seine Gravitation relativ groß ist, ist es natürlich sehr interessant, auch mal die Abläufe im Inneren eines solchen Mondes genauer zu untersuchen. Nun, ob das jetzt in der nächsten Zeit passieren wird, das ist genau die Frage, die man sich momentan eben stellen muss. Gibt es eine Mission, gibt es keine Mission? Wie gesagt, NASA-Budget bezüglich der Erforschung jetzt zum Beispiel von Systemen oder auch Mond in unserem Sonnensystem ein bisschen eingeschränkt. Nun, Monde in dieser Größenordnung, vor allem wenn sie so große Gasplaneten umkreisen wie den Jupiter, die sind immer einer bestimmten Kraft ausgesetzt und zwar der Wechselwirkung zwischen dem größeren Körper, eben Jupiter und dem Mond Ganymed in dem Fall. Das heißt, alleine durch die leichte Exzentrizität einer Umlaufbahn um ein größeres Objekt können gewaltige Kräfte auftreten, die im Inneren tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum Wärme verursachen, durch Reibung. Andere Möglichkeiten, dass es im Inneren von Ganymed tatsächlich noch heiß zugeht, das ist radioaktiver Zerfall, das haben wir überall, das haben wir auch in der Erde. Die Erde ist eigentlich ein riesengroßer Atomreaktor, in dem radioaktive Isotope zerfallen und dann diese extreme Hitze auch im Inneren erzeugen. Also nicht nur der Erdkern hält sich über Milliarden Jahre heiß, sondern da ist ein bestimmter Ablauf, nämlich radioaktiver Zerfall verantwortlich, dass das im Inneren unserer Erde und auch von anderen Objekten in unserem Sonnensystem dauerhaft heiß bleibt. Wie gesagt, Ganymed größer als Merkur. Unterschied eigentlich nur die Zusammensetzung. Merkur hat einen wesentlich höheren Metallanteil. Und wie gesagt, Merkur ist so ein Überbleibsel. Also man könnte fast vermuten, dass Merkur durch einen gewaltigen Zusammenstoß einen Teil seiner Kruste verloren hat und eigentlich nur der Eisenkern übrig geblieben ist. Aber das müsste man sich auch mal ein bisschen genauer anschauen, wenn man das genau wissen will, wie jetzt die Geschichte von Merkur ist. Was man weiß, ist, dass das anscheinend tatsächlich eine Option ist. In der Frühzeit unseres Sonnensystems sind sehr, sehr viele Objekte miteinander kollidiert und das könnte dazu führen oder dazu geführt haben, dass Merkur nun so ist, wie er ist. Bei Ganymed oder anderen Monden ist es zum Beispiel so, da muss man sich immer die Umlaufbahn um das jeweilige Objekt anschauen, zum Beispiel Jupiter. Da kann man nämlich auch feststellen, ist dieses Objekt eingefangen worden. Das heißt also, gab es eine Entwicklung, dass Ganymed mal ein Planet war. Größe hätte er dazu, also nach unserer heutigen Definition. Oder ob er mit dem Jupiter-System zusammen entstanden ist. Das heißt also, die Masse, die Jupiter aggregiert hat, gereicht hat, um solche Monde zu erzeugen. Bei Ganymed dürfte die Entstehung tatsächlich mit dem Jupiter zusammenhängen und nicht extern stattgefunden haben. Ja, wird auch im Laufe der Zeit natürlich ein interessantes Forschungsthema sein. Die Entstehung von Monden um Gasplaneten, die genaue Erfassung der Umlaufbahn, die Wechselwirkung der Umlaufbahn, um auch festzustellen, ob Jupiter oder Saturn sogar manche Monde eingefangen haben. Das kann durchaus sein, dass das früher eigenständige Objekte waren, die dann durch die Planeten eingefangen wurden. Aber wie gesagt, das hängt ganz von der Ausrichtung innerhalb der Mondscheibe aus. Oder das hängt daran, hängt aus. Heute ist ein bisschen so ein Tag. Ich glaube, es ist auch ein bisschen zu heiß, um ein Video zu machen. Ich sitze im Dachgeschoss. Viel Spaß, kann ich da nur sagen. Also seht es mir nach, wenn es ein bisschen schwurblig ist. Also wie gesagt, es könnte sein, dass Monde teilweise auch eigenständige Objekte waren, die dann von großen Gasplaneten eingefangen wurden. Die Aufnahmen deswegen auch so interessant, weil das die ersten Aufnahmen von Ganymed seit sehr, sehr langer Zeit sind in dieser Auflösung und dann dementsprechend auch mit neuen Geräten, um die Oberflächenstruktur ein bisschen genauer zu untersuchen. Nun, man sieht unter anderem, wenn man ein bisschen geschultes Auge hat, an der Oberfläche von Ganymed gibt es relativ wenig Krater. Und das hängt damit zusammen, dass sich die Oberfläche ständig verändert. Das heißt also, das Eis, welches als Panzer um diesen Mond herum überall zu sehen ist, das verändert sich im Laufe der Zeit eben genau durch diese Abläufe, die sich im Inneren abspielen. Und das ist eben auch der Hinweis darauf, dass im Inneren des Mondes eine gewisse Grundaktivität herrscht. Wie heiß es in dem Mond ist, das ist natürlich etwas schwieriger festzustellen. Was man machen kann, ist, man kann sich die Geysire ein bisschen genauer angucken und mal gucken, was da für Material ausgeworfen wird. Vor allem, welche Temperaturen da auch entstehen bei den Austritt stellen, dann könnte man ein bisschen genauer erforschen, wie heiß es im Inneren von Ganymed ist. Bei Enceladus zum Beispiel, dem Saturnmond, hat man gute Aussichten, dass es da tatsächlich Leben gibt. Nämlich auch durch den Nachweis von Methan in diesen großen Geysirwolken, die da ausgestoßen werden. Also bei Enceladus ist man so kurz davor, dass man sagt, naja, also eigentlich könnte es schon Leben sein. Wahrscheinlich ist es sogar Leben. Ja, also so lauten momentan die Artikel. Aber gut, man lässt sich die Hintertür natürlich offen, weil man kann es nicht direkt nachweisen. Immer wenn kein direkter Nachweis da ist und nur Indizien dafür sprechen, ist es in der Wissenschaft tatsächlich so, dass man nicht sagen kann, es ist so. Da braucht man dann den direkten Nachweis. Dann sind wir wieder bei den Missionen, die dann in diese Systeme gestartet werden, unter anderem eben auch ins Saturnsystem, unten an Enceladus oder in dem Fall Ganymed ein bisschen genauer untersuchen. Im Übrigen habe ich noch ein kleines Highlight für euch, als ich das Video erstellt habe. Eine witzige Geschichte, ist wahrscheinlich auch der Hitze geschuldet. Ich bin nämlich auf die glorreiche Idee gekommen, beim Größenvergleich, also in der Diagrammansicht, mal auf Play zu drücken. Weil ich mir dachte, na vielleicht kann ich mir ja die Umlaufzeiten oder die Rotationszeiten ein bisschen genauer anschauen. Ja, und Universe Sandbox hat aber dann gemeint, dass das keine gute Idee ist. Und wie immer bei Universe Sandbox und bei den meisten Videos im Übrigen, die ich mit Universe Sandbox dann auch mache, kommt das dabei heraus. Meistens große Plasmawolken mit zerstörten Planeten, teilweise sogar komplett zerstörten Sonnensystemen. Wenn ich es ganz arg treibe, ganze Galaxien. Gut, das Universum habe ich noch nie geschafft, aber wer weiß, das kann auch noch kommen. Also bei Universe Sandbox immer aufpassen, Diagrammansicht nicht Play drücken. Ist ein Fehler. So, mein Lieben, jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.